Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt Die heutige Andacht ist auf dem Info-Wochenende zum Theologiestudium entstanden. Na, kennt ihr noch? Den guten alten Nussknacker. Ich denke da sofort an die Musik aus dem Nussknacker von Tchaikovsky. An das da, 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 da. Und an Weihnachten. Schließlich steht er dann als Deko auf dem Tisch. Ich denke an die weihnachtliche Stimmung. Dunkelgrün und Rot spiegeln sich im Licht flackernder Kerzen. Der Duft von Zimt und Vanille liegt in der Luft. Und alles schwingt im Klang von Odo Fröhliche. Aber ist das alles? Ist Weihnachten nicht vielmehr, fürstet euch nicht und euch ist heute ein Heiland geboren? Wo ist dieser Heiland? Auch jetzt im Herbst. Nun, ich glaube, ich finde ihn dort, wo ich ihn suche. Dort, wo ich ihn finden will. Wenn ich stolper und doch nicht in den Matsch falle, fühle ich, er hat mich gehalten. Wenn ich beim Abbiegen mal nicht zu beiden Seiten geblickt habe, dann spüre ich, dass er seinen Fuß auf der Bremse hatte. Und wenn ich den Wasserkocher umschmeiße, da ist er da, schützt meine Hand vor einer Verbrennung. Das Kind in der Krippe ist also da. Ich muss es nur sehen wollen. Ich muss ihm die Tür in meinem Leben öffnen. Und auch wenn der Nussknacker auf dem Speicher steht, bleibt Weihnachten. Auch dann ist das Kind in der Krippe da. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 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 Vielen Dank.